Dieser Ford Reinge mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem schwarzen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetriebe überträgt eine beachtliche Leistung von 200 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 10,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis